Also auf Rasen, was mich genau erwartet, weiß ich noch nicht, aber ich denke, dass mein Spiel jetzt überhaupt für alle Belege ganz gut geeignet ist, also auch für Rasen und dadurch, dass ich eigentlich recht gut voliere und einen guten Slice spiele, kann da glaube ich nicht viel schief gehen.